Bestimmt kennst du es auch von dir, dass es manchmal Gespräche halt gibt, die richtig gut laufen, wo es Spaß macht, wo man sich gegenseitig in Häkchen die Bälle zuwirft, wo beide Seiten sich gut aufgehoben fühlen und ein angenehmes Gespräch führen und anschließend halt gut gestimmt mit einem guten Gefühl auseinander gehen. Das können Gespräche mit Menschen sein, die uns vertraut sind, vielleicht auch nahestehen, aber es können auch Gespräche mit ganz fremden Menschen sein. Woran liegt es? Meiner Meinung nach hat es mit Wertschätzung zu tun. Wir merken ganz genau, ob unser Gesprächspartner voll bei uns ist mit seiner ganzen Aufmerksamkeit, ob er uns wohlwollend eingestellt ist, auch wenn es halt vielleicht um kritische Themen und Gespräche halt geht. Wir merken das an vielen Kleinigkeiten, an der Art wie jemand spricht, an der Tonlage, an der Lautstärke, an der Gestik, ob uns jemand Aufmerksamkeit schenkt, Blickkontakt mit uns mitgeht, unsere Körpersprache halt widerspiegelt. In der letzten Woche hatte ich ein solches Gespräch. Ich war zum Mittagessen mit einer Frau verabredet, die ich einmal kennengelernt habe und die ich nicht besonders gut kenne. Und das war ein ganz tolles Gespräch, das deutlich länger halt ging, über mehrere Stunden bis in den Nachmittag rein, obwohl wir beide Termine hatten und wir sind beide halt mit einem guten Gefühl und mit viel Freude auseinander gegangen und freuen uns auf unser nächstes Treffen. Ja und manchmal fühlen wir selber uns uns in unserer Haut auch nicht wohl. Woran liegt das, dass es manchmal gut klappt mit uns selbst, wenn wir alleine sind? Und manchmal klappt es gar nicht. Ich glaube, das hat auch mit der Wertschätzung uns selbst gegenüber zu tun, mit der Selbstliebe. Ich von mir kann zum Beispiel halt sagen, dass ich mit mir viel kritischer umgehe als mit meinem Gegenüber. Oft kommen dann halt so kleine Stimmen, wie hast denn das wieder gemacht? Eben habe ich mich verhaspelt. Das stinkt mir auch. War ja wieder klar. Das sind die kleinen Selbstgespräche, die uns manchmal runterziehen. Wie wäre es, wenn wir stattdessen mal eine ganz andere Strategie halt fahren? Mal einen Tag den Timer vom Handy halt stellen und so jede Stunde, wie es halt passt, einen Pieptonen klingen lassen und ganz im stillen zu sich selbst zu sagen, toll, dass ich dich kenne. Du bist toll, wie du bist. Schön, dass ich bei dir sein darf. Wie wäre das? Ein komisches Gefühl, oder? Oder wie wäre es, wenn du dich mal hinsetzt und einen Liebesbrief für dich halt schreibst? In einen Umschlag packst, frankierst, deine Anschrift natürlich drauf schreibst und diesen Briefumschlag einem Freund oder jemandem halt gibst, der ihn für dich abschickt. Und irgendwann, zu irgendeinem überraschenden Zeitpunkt, kriegst du diese Liebeserklärung an dich selbst, an dein Selbst, an dein Sein. Wäre das nicht eine tolle Idee? Ich werde es machen. Du auch? Mach's gut.